Herzlich willkommen zurück. In diesem Video wollen wir dir fünf Fehler aufzeigen, die du vermeiden kannst, damit du in Zukunft auch mehr Aufträge schreiben kannst. Genau, wir starten einmal mit Punkt Nummer 1 und zwar fehlende Online-Präsenz. Ich denke, das ist ganz klar und zwar heutzutage ist es wirklich sehr wichtig, quasi auf jedem Kanal sichtbar zu sein. Also ich muss jetzt, vielleicht nicht unbedingt auf jedem Kanal, aber so breit wie möglich, sage ich mal, vertreten zu sein. Was meine ich damit? Und zwar, ihr müsst auf jeden Fall eine Webseite haben, das ist natürlich ein Startpunkt. Am besten natürlich noch in die Werbung schalten, damit die Kunden natürlich auch irgendwie auf euch aufmerksam werden, euch natürlich irgendwie finden. Fehlende Online-Präsenz kann zum Beispiel auch so ein Punkt sein, richtet euch ein Google My Business-Content zum Beispiel ein. Das sind Dinge, die kosten euch nicht viel Aufwand, sind auch oft sehr, sehr kostengünstig oder kosten halt gar nichts. Aber können euer Unternehmen, wie gesagt, in verschiedenen Punkten einfach sehr stark voranbringen, dass die Kunden euch einfach wieder, also entweder schneller finden oder schneller wiederfinden. Das ist auch natürlich ganz wichtig, weil vielleicht hat man irgendwo draußen euer Plakat dann dementsprechend gesehen. Googelt dann nach euch, man findet aber nichts, ja. Dann kriegt man aber zum Beispiel wiederum permanent eure Werbung angezeigt, ja. Und dann geht man natürlich mal drauf, schaut sich das Ganze an, was ihr halt natürlich anbietet. Deswegen, wie gesagt, einfach wirklich sichtbar versuchen zu sein. Genau. Es gibt die einen Interessenten, die suchen bei Google. Dann macht es natürlich Sinn, dass die Webseite dort angezeigt ist. Auf der anderen Seite gibt es aber auch welche, die geben das einfach bei Google Maps ein, weil die jetzt gerade regional einfach gucken, was gibt es hier für Betriebe. Deshalb macht es ja auch Sinn, einen Google My Business Account zu haben, weil die dann natürlich auch schon sehen können, alles klar, der ist hier in der Region, den können wir ansteuern, da können wir hinfahren, uns beraten lassen. Macht ja auch Sinn, dann vielleicht da ein paar Bilder drinnen zu haben. Da kriegt man schon mal einen kleinen Einblick, ein paar Fotos und erhöht natürlich dann die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute zu euch kommen. Natürlich. Und außerdem, umso besser ihr natürlich auch online aufgestellt seid, desto einen professionelleren Eindruck macht ihr natürlich auch direkt auch gegenüber den Kunden. Was ja natürlich auch schon mal ein super erster Punkt ist, dann dementsprechend, beziehungsweise der erste Eindruck zählt ja, sagt man ja auch bekanntermaßen. Deswegen, wie gesagt, einfach immer einen ersten guten Eindruck, natürlich auch schon hinterlassen beim Kunden, allein schon mit einer guten Online-Präsenz. Wir haben das in mehreren Videos auch schon mal erwähnt, dass es natürlich dann auch Sinn ergibt, vielleicht auch mal ein paar persönliche Bilder damit einzubringen. Wir sehen manche Webseiten, weil wir checken das auch immer bei unseren Partnern. Wie sind die aktuell aufgestellt? Was gibt es da noch für Verbesserungsvorschläge? Also wenn du da Interesse dran hast, dann komm da auch gerne in eine Beratung, weil dann können wir dir dann auch so einen kleinen Check mit anbieten, wo wir alles einfach einmal durchschauen und das dann so anpassen, dass du da auch mehr Aufträge daraus schreiben kannst. Also tu dann da ein paar persönliche Fotos rein von dir, vom Team, vielleicht von ein paar Referenzen, was habt ihr für Produkte und so weiter und so fort, weil das das einfach viel nahbarer und greifbarer macht. Gut, dann haben wir den Punkt Nummer zwei, das ist die fehlende Zielgruppenansprache. Uns fällt sehr häufig auch auf, dass es viele Betriebe gibt, die dann einfach alles ein bisschen anbieten. Ja, so einfach wie so eine Art Generalist. Ja, wir können alles so ein bisschen, wir machen auch alles super individuell. Ja, so egal, was du jetzt brauchst im Holzbereich, komm da zu uns. Wir können dir alles anbieten. Ja, und das macht dich auch nicht ganz zum Experten, ja, weil du einfach alles nur so ein bisschen kannst. Du kannst zwar auch super individuell sein, du bist aber nicht spezialisiert. Ja, und oftmals wollen die Interessenten ja auch zu dem hingehen, der dann auch der Experte in dem Bereich sind, was die Leute haben wollen. Genau. Also zum Punkt Nummer fünf wollen wir dann später natürlich auch nochmal ein paar Dinge ergänzen, die quasi direkt auch hier natürlich dazu passen. Was ich euch aber einfach nochmal mitgeben möchte, es geht darum, bei der Zielgruppenansprache zu verstehen, wer ist erstens mein Kunde und wie kann ich ihn natürlich auch am besten erreichen und wie kann er es natürlich auch verstehen, dass ich sein perfekter Ansprechpartner bin. Und wenn ihr da, ja, ich sag mal, wie ein Bauchladen auftritt, der quasi alles und nichts anbietet, dann wird der Kunde nicht das Gefühl haben oder wird auch nicht das im Endeffekt dadurch vermittelt bekommen, dass ihr der perfekte Ansprechpartner natürlich für diesen Bereich seid. Da macht es natürlich oft Sinn, sich im Endeffekt auf eine klare Zielgruppe natürlich zu fokussieren und deren Probleme zu lösen, weil darin werdet ihr natürlich auch am besten sein, wie man diese Probleme dann auch immer wieder am besten lösen kann. Plus eure Mitarbeiter haben natürlich auch nochmal bestimmte Vorteile mit, dass sie natürlich auch immer quasi wie immer wieder halt die gleichen Probleme lösen, wodurch die halt natürlich auch wieder effektiver werden bei der Abarbeitung. Wir haben jetzt auch schon über die letzten sechs Jahre super viele Werbebudgets ausgegeben und das getestet und es macht einfach keinen Sinn zu sagen, Mensch, wir sind die tolle Tischlerei, wir können alles ein bisschen anbieten. Da tragen sich die Interessenten nicht ein, also es macht auch immer viel mehr Sinn, spezifisch für die Produkte zu werben. Was macht die Produkte besonders aus? Warum soll der Interessent sich für die gezielten Produkte bei euch eintragen und melden? Genau. Also es geht eigentlich darum, welches Problem kann ich für den Kunden dann dementsprechend lösen? Das ist eigentlich das Entscheidende, was hier bei verstanden werden sollte. Genau. Ja, kommen wir einmal zu Punkt Nummer drei und zwar, ja, keine Kundenbewertung. Und zwar, ja, das ist eigentlich auch wieder zum Punkt fehlende Online-Präsenz. Ich gehe da quasi noch ein bisschen mit hinein und zwar ist es sehr wichtig, dass die Kunden auch verstehen, ja, was macht die überhaupt für Arbeit? Das heißt, Referenz natürlich sehr viel zeigen, Google-Eintrag zum Beispiel auch oder Google-Rezensionen dann dementsprechend auch, sage ich mal, natürlich auch abchecken. Oder den Kunden, also die Bestandskunden, die man sich auch bereits auch hat, einfach mal auffordern, das auch zu tun, indem man zum Beispiel sagt halt, hey, wenn du mir einen Google-Eintrag machst, dann kriegst du vielleicht, ich weiß nicht, eine Kleinigkeit dann dementsprechend nochmal dazu als Dankeschön oder dann kriegst 10 Euro Rabatt auf den ganzen Einkauf oder weiß weiß ich was dann dementsprechend. Also wirklich nur eine kleine Geste dann dementsprechend, die dann ja zeigen soll, was sie eigentlich für eine gute Arbeit dann dementsprechend macht. Und wenn man natürlich sieht halt, hey, der hat gefühlt nur vier, fünf, vier oder fünf Sterne Bewertungen die ganze Zeit. Das heißt, der macht sehr vieles und sehr viele haben das natürlich schon bei ihm gemacht. Ist es natürlich auch wieder ein gutes Zeichen, dass der Kunde natürlich auch wieder schnell Vertrauen zu euch schafft und natürlich auch bei euch dann dementsprechend auch Kunde wird. Du kennst es ja vielleicht auch von dir selbst, dass du jetzt, wenn du bei Amazon was kaufst, dann vielleicht auch mal das sortierst, vielleicht nach den Kundenbewertungen. Weil du gucken möchtest, sind denn die Leute da zufrieden, die da auch schon gekauft haben. Und gerade wenn du jetzt auch bei Google Maps zum Beispiel suchst und du hast da einen Betrieb, der hat aber vielleicht viereinhalb Sterne Bewertungen, den würdest du ja sehr wahrscheinlich auch bevorzugen im Vergleich zu einem Betrieb, der dann aber nur zwei oder drei Sterne Bewertungen hat. Wenn du jetzt auch gerade am Anfang bist, dann haben wir sonst auch die Möglichkeit, dass wir vielleicht auch mal schauen können, wie kann man denn eine Referenzkundenaktion machen? Ja, dass man vielleicht schaut, okay, die ersten Interessenten, die dann zu dir kommen über unsere gezielten Marketingkampagnen, dass die dann einfach, wie Ilja schon gesagt hat, einfach einen kleinen Bonus bekommen. Ja, manchmal ist es auch einfach nur, die kriegen irgendwie was zu ihrer Überdachung mit hinzu oder die kriegen da ein Seitenschiebelement umsonst. Irgendwas Kleines kann man da sonst als Bonus geben dafür, dass die dich dann offen und ehrlich einfach nach der Beratung bewerten. Ja, und das ist dann eben eine gute Methode, um dann zum Start auch Bewertungen einzusammeln, damit du dann auch wieder weitere Kunden damit gewinnen kannst und besser aufgestellt bist mit deinem Online-Auftritt. Genau, also versucht an der Stelle wieder so viele wie möglich, sag ich mal, also an so viele Bewertungen wie möglich natürlich zu kommen. Macht viele schöne Bilder, macht Videos oder Ähnliches einfach von den Produkten, die ihr natürlich schon bereits aufgebaut habt, ja, oder die ihr natürlich auch noch vielleicht noch viel stärker auch natürlich nochmal vermarkten möchtet, damit der Kunde es natürlich auch nochmal besser greifen kann. Gerade wenn man auch super spezielle Sachen hat, was jetzt die da draußen gar nicht anbieten können, dann macht es erst recht Sinn, da super Bilder zu machen. Also wir haben auch schon meinte, die können im Innenbereich, die können da jetzt bestimmte Bodentechniken, das macht niemand anderes da draußen und wenn man davon jetzt schöne Bilder oder Videos hat und das einfach über Marketingkampagnen schaltet, dann kann man die Leute auch darauf aufmerksam machen und denen zeigen, was ist hier eigentlich möglich. Ja, die kannten das vorher nicht, die würden auch nie bei Google danach suchen, die würden nie auf euch aufmerksam werden, aber wenn wir denen das jetzt zeigen und die sowas sehen, dann sagen die, Mensch, sowas möchte ich aber eigentlich auch haben. Also deswegen mach das einfach häufiger auch mal, wenn du dann mit auf den Baustellen draußen bist, mal Fotos, mal Videos zu machen, dann kann man die nämlich auch wieder nutzen, um damit dann neue Marketingkampagnen zu schalten, genauso aber auch, um das einfach bei deinen Firmenbildern, vielleicht bei deinem Google My Business Eintrag auch mit zu hinterlegen, damit die sehen, was ist da eigentlich möglich. Kennt man ja vielleicht auch, wenn man jetzt irgendwo essen möchte in der Region, man sucht sich ein neues Restaurant raus, dann kann man da ja auch schon mal gucken, Mensch, okay, was sind da eigentlich für Bewertungen drinne, sind da Bilder drinne, wie sieht das Essen aus, was dann vielleicht auch dazu beiträgt, Mensch, das möchte ich haben, da würde ich gerne hingehen und essen gehen. Und so ähnlich kann man das vielleicht als Vergleich sehen, dass die Leute auch schon mal gucken, wie sind deine Arbeiten, wie sind eure Arbeiten und dann sowas auch haben wollen. Genau, und ganz wichtig auch hierbei, es geht nicht darum, irgendwie extrem professionelle Bilder aufzunehmen oder Videos, sondern es reicht wirklich, hier einfach einmal kurz das Handy zurück, einfach mal drauf zu gehen, ein Bild mal zu machen, weil man merkt, dass es dann, also es wirkt dadurch automatisch deutlich authentischer. Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt, Punkt Nummer vier, keine Auswertung. Damit meinen wir einfach, es macht natürlich Sinn, dass du dein Marketing schlussendlich auch auswertest, um zu gucken, welche Kanäle bringen dir da die richtigen Kunden, was ist für dich am effizientesten geeignet, wo hast du vielleicht eine gute Sichtbarkeit, was kostet dich der Kunde am Ende des Tages. Wir haben dazu auch schon mal ein vorheriges Video gemacht, das kannst du dir ansonsten gerne auch nochmal anschauen, wo wir in einer Tabelle aufgelistet haben, wie kann man sowas einfach mal mit so einer Milchmädchenrechnung einfach mal aufstellen und gucken, okay, was mache ich eigentlich gerade, wie gewinne ich meine Kunden, wie sind die Ergebnisse, um dann natürlich auch die zukünftigen Marketingmaßnahmen besser zu justieren und anzupassen, zu optimieren, damit die Ergebnisse dann auch schlussendlich besser werden. Genau, ganz wichtig hierbei auch bei Auswertung, darunter kann man zum Beispiel auch wieder besser verstehen, okay, wer ist denn überhaupt meine Zielgruppe, ja, wem helfe ich denn aktuell am besten einfach, wo verdiene ich vielleicht das meiste Geld dran, an welchen Produkten gezielter und was macht mir vielleicht auch am meisten Spaß oder was können meine Monteure denn dementsprechend auch am besten umsetzen und das hilft euch vielleicht mal so wirklich so einen besseren Überblick einfach mal über diesen ganzen Punkt einfach mal zu schaffen und darauf könnt ihr dann auch wieder verstehen, okay, wem kann ich denn überhaupt weiterhelfen oder wem möchte ich denn auch weiterhelfen, ja, dass ihr euch darauf dann, wie gesagt, stärker fokussiert. Vielleicht auch, was ist da draußen gefragt, macht man jetzt bestimmte Varianten, was kommt denn supergut an da draußen, was können wir in Zukunft dann mehr anbieten, wovon müssen wir mehr bestellen, was sind da die genauen Alleinstellungsmerkmale, die vielleicht auch supergut wirken, die wir dann in den nächsten Werbeanzeigen genauer herausstellen können, sichtbar machen können und so weiter und so fort. Also deswegen sollte man das eigentlich gar nicht missachten, da auch wirklich mal drauf zu schauen und das regelmäßig auszuwerten, weil wir dann auch sehr gut optimieren können schlussendlich. Genau, versucht einfach wie gesagt über die Sachen, die ihr einfach tut, einfach einen guten Überblick zu haben, damit ihr genau wisst, okay, das hilft mir gerade weiter und das hilft mir einfach nicht so gut gerade weiter, genau. So, dann kommen wir einmal zu Punkt Nummer 5 und zwar kein klares Angebot. Was meinen wir damit? Und zwar, es ist wirklich ganz wichtig zu verstehen, was möchte ich überhaupt von dem Kunden oder sage ich mal, was möchte ich dem Kunden genau vermitteln? Oft, wenn man sich zum Beispiel eine Website anschaut, Werbeanzeigen anschaut oder ich weiß nicht, das Angebot oder ähnliches, also es wird nicht genau vermittelt, was ihr genau anbietet oder wobei ihr genau also weiterhelfen könnt. Ja, wir haben uns zum Beispiel mal eine Website angeschaut von potenziellen Kunden und wir wussten auf den ersten Blick nicht, okay, was ist das überhaupt für ein Betrieb, wobei kann der mir jetzt speziell weiterhelfen, ja, obwohl das eigentlich direkt auf dem ersten Blick klar sein sollte, was macht ihr als Betrieb, also was ist eure Spezialisierung, was könnt ihr auch überhaupt am besten, ne. Und deswegen dabei natürlich auch gerade auch sehr stark oder sehr wichtig ist auch immer bei Werbeanzeigen beispielsweise eine Call-to-Action zu vermitteln. Das heißt also im Endeffekt, die Leute aufzufordern, dann dementsprechend auch zu handeln, weil es ist, natürlich ist es cool, die sehen zum Beispiel ein wunderschönes Bild von euch, ja, oder was für ein schönes Produkt ihr gemacht habt, aber dann helft denen doch natürlich schon mal direkt auch den weiteren Schritt zu tun, dass sie sich irgendwie bei euch eintragen oder irgendwie in irgendeiner Form auch melden können, ja. Also fordert Menschen einfach auf zum Handeln und erklärt denen, was ihr macht und wobei ihr denen stärker nochmal weiterhelfen könnt. Was ist das Ziel hinter deiner Marketingkampagne, wenn wir das auch oftmals fragen in den Beratungen, klar, ich möchte auf der einen Seite vielleicht Bekanntheit gewinnen, auf der anderen Seite möchte ich mehr Aufträge schreiben, mehr Umsatz. Wie kriegen wir das hin? Wir brauchen mehr Beratung. Die Beratung kommt nur zustande, wenn wir auch gezielte Anfragen haben. Und was wir super häufig sehen, ist dann, dass Werbeanzeigen, die werden mal auf den Messenger geleitet, die werden mal auf die Webseite geleitet, kommen jetzt auf die Webseite, die können sich da eben komplett verlaufen, die sehen oben auf der Webseite, da ist vielleicht ein schickes Bild drauf, da ist ein Haus. Ich weiß jetzt aber gar nicht, was bieten die denn an, ja. Ich komme da drauf, ich gucke und ich bin wieder weg. Oder ich habe es auch letztens gesehen, man sieht irgendwie ein bisschen Marmor, ja. Das sieht auch super edel und schick aus, aber ich sehe trotzdem auch nicht, okay, was bietet die Firma eigentlich an. Am Ende des Tages ging es um hochwertige Bäder, um Luxusbäder, aber dann kann man ja auch mal hinschreiben, okay, wofür stehen wir denn jetzt eigentlich? Dass, wenn der Interessent auf die Webseite kommt, der weiß ganz genau, worum geht es und wie kann der sich dann auch bei euch beraten lassen. Und deswegen sind wir auch Freunde davon, dass wir, klar gibt es verschiedene Marketingmaßnahmen, die man nutzen kann, aber sind wir Freunde davon, auch die Interessenten eben auf dich aufmerksam zu machen, denen zu zeigen, was unterscheidet dich, wofür stehst du und die dann ganz konkret auch darauf zu leiten, dass die sich bei dir eintragen, so dass du die Interessenten-Daten in der Hand hast, weil dann kannst du da direkt anrufen, die haben ihren Bedarf geäußert und kannst in die Beratung reingehen, was dann am Ende des Tages, ja, je nach Quoten dann auch zu weiteren Aufträgen führt. Genau, hierbei, wie gesagt, sehr wichtig einfach, hilft den Leuten, also oder macht es den Menschen so einfach wie möglich, dass sie sich bei euch melden können, ja. Weil, wie gesagt, wenn ich zum Beispiel jetzt, ich sehe eine Werbeanzeige, ich gehe da drauf, ich finde es super interessant, lande ich zum Beispiel auf der Website, was passiert dann ganz üblich? Es gibt so viele Informationen auf der Website, ja, und ich vergesse eigentlich den Hauptaspekt, und zwar mich einzutragen, ne, deswegen macht es den Menschen leichter, zeigt es denen, wo kann ich mich eintragen, wie kann ich mich melden, ja, wenn ich irgendwelche Fragen oder ähnliches habe, also wie gesagt, macht es den Leuten einfach so einfach wie möglich zu verstehen, wer ihr seid, was ihr anbietet und wie man mit euch Kontakt aufnehmen kann. Gut, dann hoffen wir, haben wir euch eben auch mit diesen Punkten mal wieder weitergeholfen, ja. Schreibt gerne unter dem Video, was euch da besonders eben weitergeholfen hat, wo ihr vielleicht noch nicht den Fokus drauf legt, ja, und wenn ihr da noch weitere Hilfe braucht, dann könnt ihr euch gerne bei uns eintragen auf der Website, ja, oder könnt auch zu unseren weiteren Videos hier einfach nochmal schauen und euch angucken, wie ihr bestimmte Punkte, die wir hier auch genannt haben, vielleicht nochmal gezielter auch angehen könnt. So. So. Vielen Dank.